Moin! Herzlich Willkommen zurück hier zur nächsten Folge am Mittwoch. Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch 4-Fahr-Map 1.7 ohne Gräben, äh 1.7, sorry, schon länger her. 1.9 ohne Gräben. Wir sind auf verschiedenen Feldern am Ernten. Unter anderem auf Feld 13, wo ich jetzt gerade sehe, dass der Drescher, naja, jetzt tankt er gerade ab, fängt gerade an abzutaten. Alles gut. Das heißt, wir sind auf Feld 4 am Ernten, auf Feld 13 am Ernten, auf Feld 3 und auf Feld 41. Das läuft alles scheinbar. Und ich fange jetzt gerade noch auf Gras, Feld 7 an zu ernten. Und, äh, ja. Sieht soweit ganz gut aus. Toi, toi, toi. So, wo ist denn mein Abfahrer für Hopfen? Hat gar kein Abfahrer, doch, doch. Der Klaas Axion, der fährt gerade los. So, zum Abtanken. Aber stimmt da nicht? Nein, wir werden sehen. Und der zieht hier einsam seine Runden. Und erntet Sonnenblumen. Kein großer Ertrag. Irgendwas finde ich hier komisch. So, der Maxion steckt im Verkehr fest. Finde ich auch komisch. Jetzt mal an. Das ist jetzt nicht schlimm. Der tankt ab und macht Platz. Das heißt, wir sind hier dann auch frei. Irgendwann einmal rum. Ich bin hier schon. Ich bin mir vor, dass wir hier noch ein bisschen vor Anstehender haben. Mal probieren, ein bisschen nicht loszuwerden. Aber noch nicht mehr. Aber jetzt Fahr, Serie 7. Dann nehmen wir den doch zum Abfahren. Entschuldigung, wenn das jetzt ein bisschen ruckelt. Dann nehmen wir den doch zum Abfahren. Vielleicht fährt der ja besser da oben auf dem Kurs. Am Feld 7. Annen Sohn, sohn, sohn. Welches Feld ist fertig? Da muss ich gleich erstmal schauen. Also Feld 4 ist nicht fertig. In Sicherheit nicht. Feld 41 ist nicht fertig. Niemals. Feld 41 ist echt schon fertig. Das wäre ja krass. Ja, der fährt richtig. Feld 41 ist fertig. Ich werde weich. Gut. 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 So, den machen wir jetzt mal fertig hier, dass wir hier dann gleich... Der sieht auch aus, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, wir nähern uns dem Ende der Ernte. Ja, war das die vorletzte Ernte schon auf dieser Map? Also nicht auf dieser Map, aber in dieser Version der Map. Äh, beziehungsweise in dieser Version vom LS. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt, wenn das hier läuft, wenn ihr guckt, was haben wir heute für ein Datum? Dann, 13.6., naja, sind noch irgendwie vier Monate oder so, bis das kommt. Naja, könnte die vorletzte oder die vorvorletzte Ernte gewesen sein. Schauen wir mal. So, da fährt mein Abfahrer. Das ist ja auch alles gut. Mal machen. Wir gucken mal. Achso, hier. Ne, den wollte ich ja nicht. Den wollte ich ja nicht. So, Feld 107, also Grasfeld. Okay, mal was. Ja, das kann ich ja nicht. Dann sind wir noch mit einem neuen Vehikel gesucht. Oh, das ist ja nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Aber das macht sich das nicht immer mit AI-Vehikel, weil ich habe hier keinen Cosplay-Kurs gespeichert. So, alternativer Helfer an. Ich kann hier keinen Helfer einstellen oder wie war das? Was hat denn hier noch das Problem? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, diese ganzen Tempo-Aren-Kürze, die kann ich eigentlich wieder löschen. Feld 13 ist auch fertig, oder wie? Gas 1, Gülle, zweimal Gas 1, Gülle. Okay. Kein Kurs für. Da ist nur 7 Rüben. Irgendwas war da doch, der kommt mit dem Ding ist ja nicht klar, mit dem Wenden oder sowas. Irgendwas war da. Knaas Axion hat durchdrehende Reifen. Sei ihm zugestanden, dass er die hat. Alles kein Ding. So, dann fahr mal bitte. Mach mal. So. Feld 13. Jetzt holen wir mal eben das bisschen Raps, was hier noch liegt. Was ja voll komisch ist, aber... Bis desto trotz holen wir uns das noch. Auch wenn das jetzt nicht mehr so wirklich viel ist, aber... Ja, und dann enden. Haha, ist doch cool. Feld 4 läuft. Feld 41 ist fertig. Feld 13 ist gleich fertig. Feld 3, die Ernte, die läuft. So. Das passt doch zum Wochenende doch genau richtig. Sehr schön. Dann kann es nämlich mal wieder Aussaat gleich losgehen. Sehr toll. Sehr, sehr schön. Ah, der Holmer hat durchdrehende Reifen. Dann kümmer ich mich gleich drum. Ich will hier eben, eben die Bahn zu Ende fahren. Und dann kümmer ich mich um den Holmer. Ich weiß auch, wo der steht. Der ist nämlich gerade gegen die Zuckerfabrik gefahren. Und dann kümmer ich mich um den Holmer. Ich kann mal schauen, mal das gleiche. Und dann wieder mitzbacken mitz temptedn. Ja, das meine ich. Ich will jetzt auch noch mal gut. Ich bin jetzt wieder glücklich. Ich bin jetzt gerne mal wieder mitz дос א� Drakt. Du kriekel im Saas. Ich würde sacrificieren, auf mie deutsche Internet. Ich kann mich runter. Ich war ja heute mitz� goddamn Eеж Esto. nein jetzt ist auch noch gerste daraus geworden ist ein bisschen raps so komm her, fahr los, setz dich in Bewegung, da kommt er tankt ihn hier nochmal eben ab so, ja, wenn es euch gefallen hat, Leute, bis hierher wie gesagt, wir sind in den letzten Zügen der Ernte zwei Felder noch, dann sind wir durch der hier ist allerdings, ja, wobei der ist gerade halb voll das heißt, er schafft das noch zurück, wahrscheinlich, hoffe ich das wäre toll und, ja, ihr wisst, Kommentar, Like und Abo, unterstützt ihr mich und ihr unterstützt mich auch, wenn ihr zu Facebook kommt oder auf meiner Homepage herzlich willkommen da und, ja, morgen gibt es die nächste Folge Donnerstag und in diesem Sinn sage ich Tschau